Guten Morgen in the morning, ich bin die Frückte Ente und willkommen zurück, nee, willkommen zum ersten Let's Play, was exklusiv auf diesem Kanal kommt, ja, das war eigentlich nicht so geplant, aber, Moment, zuck, 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 crazy duck, die Videos kann ich doch nicht doppelt hochladen, das heißt, die Videos, die ich schon hochgeladen habe, muss ich wieder löschen, weil es ist verboten, auf YouTube Videos doppelt hochzuladen, ja, wusste ich auch nicht, bevor ich da Ärger kriege, tue ich nämlich lieber die Videos wieder löschen und tue dann halt exklusiv Content direkt hier schon bringen, ich hoffe, es kriegen schnell genug die Leute mit, wäre schade, wenn nicht, ich mache ja gerade einen ziemlich krassen Kanalumstieg, Auf dem anderen Kanal kommen ja jetzt nur noch Futter Videos, Futter, Futter, Futter Videos, so, Geld eingesammelt, ihr seht, ich bin Geld am Sammeln, ich hoffe, es kommt bald ein Event, wo ich dann einfach alles direkt kaufe, das wäre halt richtig schön, ja, das wäre einfach gut, ne, muss ich so sagen, wäre gut, so, wir werden jetzt mal hier so richtig den ganzen Zoo bewirtschaften, einfach mal hier alles auf schnell machen und gucken, wie lange ich dafür brauche, also ihr seht, mit den Geschenken, habe ich ja schon immer gesagt, das dauert relativ lange immer, ne, wenn man die, also, ja, würde da lieber draufdrücken, zack, fertig, Das wäre mir lieber, als diese Drehanimation, alles, ne, also, ich glaube, das Geschenk habe ich schon abgeholt, die Nummer 6, ähm, 4, 1, 5, ja, 6, und das Tier, meine ich, habe ich schon, Schneeleopard-Teil, ja, Schneeleoparden, Ich meine, gab es die nicht letztes Jahr schon, wir müssen mal gucken, Schneeleoparden, habe ich den schon ins Gehege getan, ja, nein, vielleicht, ich muss gleich mal gucken, auf jeden Fall habe ich jetzt ein Puzzleteil davon, Das heißt, ich könnte ihn auch rein theoretisch einfach schon finishen, ne, könnte ihn einfach jetzt schon fertig machen, dann hätte ich den, ähm, übrigens, was ich nicht weiß, und auch nicht ausprobieren will, ist, Was ist, wenn jetzt, hier, heute ist ja die Nummer 6 gewesen, was ist, wenn jetzt Nummer 7 ist, und ich bin aber den Tag nicht online, kann ich dann am nächsten Tag rückwirkend das aufmachen? Ich glaube nicht, ne, dann ist die 7 weg, also, ich glaube es, ich will es nicht ausprobieren, ich will es nicht ausprobieren, aber ich glaube, ja, das ist irgendwie, das wäre ein bisschen schade, Also, ich kenne es halt von Hayday, da haben die auch sowas mit, äh, geht man dann auf so eine Farm, auf Greggs Farm, und da kann man dann nachträglich auch die Tage öffnen, die man verpasst hat, ne, also, die machen das da so, aber ich glaube, das ist hier nicht, Aber wie gesagt, ausprobieren will ich das lieber nicht, vielleicht kann das ja einer beantworten, ähm, und sagen, aber ich kann mir wirklich, wirklich, wirklich gut vorstellen, dass das nicht der Fall ist, so, Hilfe, guck mal, ey, wir sind schnell, wir sind schnell, wir sind bei 3 Minuten, also, ich mache auch wirklich auf schnell, Tiere füttern und spielen und so mache ich nicht, das zählt nicht mit rein, weil das mache ich nie, ähm, das macht dann Tierpfleger, wenn ich dann mal einen habe, jetzt im Moment habe ich keinen, ich hoffe, dass der relativ schnell wieder im Adventskalender drin ist, Ja, das wäre ganz gut, Tierpflegerin brauche ich immer, habe ich also quasi immer eine Woche im Monat habe ich die Tierpflegerin und 3 Wochen lang nicht, ja, ist jetzt nicht so tragisch, weil ich jetzt auch nicht auf XP farme, wisst ihr, das Level ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig, weil man nicht so große Vorteile hat, aber ist natürlich trotzdem cool, wenn ihr die ganzen Gehege sauber macht und repariert und so, und das sieht einfach schöner aus, dann hast du nicht überall kaputten Sachen, und das ist auf jeden Fall besser, so, boah, es wird immer mehr zum Gießen, ne, ihr seht es schon, ich könnte jetzt so ein 3 Millionen Unboxing machen, dann hätte ich so voll viele Blumen noch dazu, könnte ich machen, ne, ja, mache ich nicht, ne, 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 das mache ich auf gar keinen Fall, das wird für ein Video von dem Event, So, aber jetzt noch ganz schnell, die ganzen Standardtiere, tue ich alle rein, und ihr wisst ja, bei den Schildkröten habe ich das, da habe ich nur 19er im Gehege, habe aber schon längst 20er, habe ich schon längst, ne, also, Also, das, äh, habe ich jetzt nur da, weil, weil, ja, lasst mich kurz nachdenken, achso, ja, die Babys werden halt eh immer 20, ne, also, deswegen ist es egal, genauso wie bei den Pferden, da habe ich zwei 19er, Und, ähm, ich habe aber auch schon 20er bekommen, habe ich aber auch nicht im Gehege, also, im Gehege selber lasse ich nur 19er, und die 20er, die sammle ich so, weil, Das macht ja eigentlich gar keinen Unterschied, ne, ob da jetzt ein 19er Tier drin ist, oder ein 20er Tier, Das macht leider, leider keinen Unterschied, so, die machen wir auch mal, zack, so, dann sind wir eigentlich schon mit dem Zoo hier, Äh, fertig, das heißt, wir können direkt in den Tannenzoo, und da mache ich ja nur, die, ähm, Zucht, auf ganz schnell, und dann helfe ich den Leuten, Ähm, heute helfe ich Leuten, und gucken mal, wie schnell das geht, ne, also, so komplettes, quasi einmal gießen, und züchten, ähm, wie lang, ne, die, die Hasen nicht, Hier, 19, 19, ne, auch 20er Hasen, so, jetzt gucken wir mal, Geld abgeholt, und jetzt geht's ans Helfen, äh, wir fangen mit Karo an, Helfen, so, bitte keine Ziegen einfach, oh, Mann, ne, es sind keine Ziegen, es sind, ähm, wie heißen die, Ocelots, sind das Ocelots, ich glaube, ja, ne, Ähm, ist aber genauso nervig, also, das Einfangen finde ich immer am, äh, umständlichsten, ähm, nicht so schönsten, Oh, ich muss nachher nochmal die Schneekatze gucken, wo habe ich die, wie habe ich die, habe ich die überhaupt, Gut, das wollte ich doch, ups, das wollte ich doch gucken, ähm, ist ja auch relativ wichtig, hey, Hey, ich glaube, ich mache nicht, nee, ich helfe nicht allen, oi, 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 ich mache ein paar, also, das Helfen, das, oh, ich fühle das auch nicht, ne, weil die Belohnungen halt auch nicht so toll sind, also, diese Kisten, klar, für wer XP sammeln will, der hilft am besten immer den Leuten, aber jetzt so für die reine Belohnung, guckt mal jetzt hier, was, was habe ich jetzt davon, gucken wir mal rein, Achtung, zack, 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 crazy duck, und, ja, gut, gut, Einmal ein, ein etwas, okayes, äh, Puzzleteil, ja, das war okay, das Puzzleteil war okay, ähm, sonst sind da immer noch schlechtere, eigentlich, Aber das, da kann man jetzt gar nichts sagen, ja, das war, ausnahmsweise mal ein, ein okay Puzzleteil, also, jetzt gehen wir weiter, Wieder einfangen, sag mal, das machen die doch extra, die haben das gehört, dass ich gesagt habe, ähm, bitte keine Ziegen einfangen, also, jetzt ist schon das dritte Mal, das dritte, wieso habe ich nicht dreimal Raben gehabt, oder dreimal, ähm, Ballons, warum denn dreimal Ziegen einfangen, so, zack, zack, übrigens ist wieder ein böser, böser Fehler, im Spiel, Ich habe das Gefühl, das sind oft Fehler, und zwar, ähm, wenn man, wenn man auf einen, was sind das denn für Tiere wieder, Katzen, sind das Katzen? Ich kann nicht draufklicken, ich kann nicht gucken, warum, ich finde das so gemein, ich will ja wissen, was für ein Tier das ist, Supersüß, die will ich haben, dieses Tier will ich haben, ich liebe Katzen, ich will das Tier haben, von Summa77, Summa77, oh, wisst ihr, was auch gut wäre, was cool wäre, wenn man, wenn es eine Funktion geben würde, dass man irgendwie mit Freunden, ich weiß nicht, so, man macht das ja manchmal, man züchtet mit anderen Zoos, ne, dann macht so eine, dann verleiht man mal ein Tier, und züchtet, also müsste hier mehr gemacht werden, dass man mit Leuten zusammen agiert, ne, ja, und der Chat müsste, wie gesagt, an die Seite, das habe ich auch schon oft gesagt, so, Moment, da ist das Kind wieder am Heulen, so, das ist aber jetzt der Letzte, dem ich helfe, dann gehe ich wieder raus, dir auch noch, so, jetzt ist genug geheult, wieder raus, und ich wollte nämlich noch was machen, ich weiß nicht mehr was, äh, erstmal Geld einsammeln, und wieder, ah doch, Schnee, Schnee, ähm, Tier wollte ich gucken, und, ja, also, äh, der Chat müsste an die Seite und nicht diese Aufgaben, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon so, so lange nicht in den Chat reingeguckt, ich weiß überhaupt, nicht was da geschrieben wird, weil es für mich so umständlich ist, also, da immer auf das Haus zu gehen, in den Chat, dann runterscrollen, es ist so ein bisschen, also, wir haben tatsächlich auch eine Telegram-Gruppe für dieses Spiel, obwohl es hier einen Chat gibt, haben wir eine Telegram-Gruppe, wo wir miteinander schreiben, äh, ja, wisst ihr, was ich meine, es ist einfacher, woanders mit jemandem zu schreiben, als hier selber im Spiel, das ist ja irgendwie nicht so praktisch, nicht so praktisch, ähm, wir gucken jetzt mal nach dem Schnee, Tier, ähm, und zwar kann man das ja jetzt sortieren, das ist sehr gut, ne, das, das ist auf jeden Fall cool, da, da ist er doch, halt, stopp, da ist er, einen habe ich, Schnee-Leopard, den habe ich noch nicht reingetan, und da oben ist auch eine Schnee-Eule, die habe ich scheinbar auch noch nicht reingetan, und ein Schnee-Wolf, aber doch, den habe ich schon reingetan, den Wolf, ähm, wir gucken jetzt mal, habe ich ein Gehege frei, wenn nicht, dann, ich habe echt, ich habe, habe ich echt kein Gehege, ja, gut, dann stellen wir mal eins, ähm, hin, für nächstes Mal, ne, für nächstes Mal, ein Schnee-Gehege, zack, zack, crazy duck, aber, ich stelle das, ach du lieber Himmel, da geht es ja noch weiter, stelle ich das nach da, oh Mann, mache ich da oben einen Weg hin, nach, ja, mache ich, ich mache das irgendwie, irgendwie wird das schon passen, ich glaube, da oben kann man dann einen Weg machen, und dann kann man nach da gehen, ja, muss halt irgendwie den Platz nutzen, den ich mal sehr, sehr teuer eingekauft habe, so wie hier, 500 Diamanten, oh mein Gott, 500 Diamanten sind, brauche ich gar nicht gucken, 500 Diamanten sind, gut, in dem Fall, hier, 40%, 40% reduziert, aber normalerweise sind es 50 Euro, uff, für das kleine Stück hier, 50 Euro, was ist los, für das kleine Stück, ich verstehe die Welt nicht, aber okay, auf jeden Fall, ähm, werden wir dann den Schnee-Leoparden nächstes Mal einziehen lassen, und vielleicht auch die Schnee-Eule, oder habe ich die nicht schon irgendwo hingetan, scheinbar nicht, ich habe die echt noch nirgendwo hingetan, nö, gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben, nächstes Mal, wir sehen uns nächstes Mal dann hier auf diesem Kanal weiterhin, hier kommt nur Zoo 2 Animal Park Content, wir sehen uns, bis dann, tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.